Okay, Leute, es geht weiter mit Gothic. Äh, hier liegt ein Trunk. Gorn ist auch dabei, ne Tür, sonst liegt hier nichts, oder? Ne, ne, nö. Äh, halt, 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 erstmal lieber ein Tränkchen trinken. Ähm. So ein 70 müsste, naja, fast. Glück, glück, glück. So. So, hoffentlich erwartet mich da nichts, das mich gleich tötet. Okay, wohl nicht, scheint nicht so zu sein. Also, hier kann ich nichts machen. Ne Truhe. Okay, die ist offen. Fokus, yay! Geil. Du hast dein magisches Artefakt also gefunden. Ja, ich muss den Fokus zu den Wassermagiern bringen. Sie brauchen ihn. Ich werde dich noch etwas begleiten. Okay. Äh, da er mich noch etwas begleiten will, schätze ich mal, dass das noch gar nicht alles war von der kleinen Reise. Verwandlung Wolf, Verwandlungscavenger. Ah, boah. Ich kann mich in alles mögliche verwandeln. Cool. Okay. Ach. Da kann ich, wow, was zum. Oh, ich bin ein Schrank. Ich bin ein schrankiger Schrank. Cooles Versteck. Wenn du mich versteckend spielen würdest du mich nicht finden, ha? Boom. Und schon bin ich... Na gut. Buh, ich bin nur eine Rüstung, die aus dem Sch... Schrank guckt. Boah, jetzt habe ich ein Gesicht. Okay, aufhören. Äh, ich schätze mal, da gibt es noch mehr. Ich will mich schließlich noch ein bisschen begleiten. Wow. Das ist ja, der schreckt mich trotzdem. Auch wenn es tot ist, es... Es... Es schreckt mich. Na, kommst du mit? Jupp. Na, 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 na. Ich habe da doch noch irgendeinen Weg gesehen, wo ich... Wo ich noch lang gehen konnte. Trank! Hier passiert ganz bestimmt noch was. Ich... Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, holy fuck. Warum ich? Oh, ich kann da hochklettern. Scheint so. Aber einfach weg hier, weg hier, weg hier. Ich will nicht gegen diese Viechterkämpfe kämpfen müssen. Das Teil wird mich nicht kriegen. Komm doch, Donkey Kong. Der sieht aber ernsthaft aus wie Donkey Kong. Ich speicher lieber. Spiel speichern, jo. Wo fühlt mich das überhaupt hin? Komm bitte irgendwo hin, wo... Es viele Schätze gibt. Irgendwas Schönes. Da hinten ist, glaube ich, ein Schatz. Da ist das Vieh. Okay, irgendwie kriege ich die Säule jetzt nicht ungeschubst. Ich speicher mal und spring da rüber. Ich hab's ja so drauf. Bitte, ich sterbe nicht. Nein! Ach, du Scheiße. Ich hab's doch noch geschafft. Ha! Und das ohne die Säule. Ist das cool. Wow, wow. Vorsichtig. Nicht... Nicht... Nicht umbringen. Oh, okay. Das ging schnell. Heil, bla bla bla. Naja. So viel und so schöne Dinge waren hier jetzt nicht drin. Wie komme ich jetzt runter? Wow, ich könnte meinen Backsprung machen, aber... Das Vieh ist da. Ich will nicht gekillt werden. Oh yeah. War das cool oder was? Mann. Spiel an. Gleich nochmal. So ein Scheiß. Na, wird's bald. Warte mal. Na, egal. Spiel an. Zack, zack. Oh yeah. So schöne Sachen sind da aber jetzt nicht drin. Ach verdammt, warum springt der nicht mehr so? Nicht mehr so. Nicht mehr so. Lade schneller, du. Loading Screen. Warum geht denn das nicht? Egal. Anlauf. Und. Wow. Alles klar, geht doch. So. Okay. Ob der Backsprung überhaupt noch geht? Wow, jetzt aber speichern. Halt mal. Egal. Egal. Yes. Yes. Wuhu. Jetzt könnte ich aber erstmal schön wieder runterspringen. Ob mein Backsprung noch funktioniert? Naja, halbwegs. Oh, der kämpft da ja schon gegen den. Und niemand sagt... Ja, egal. Soll er kämpfen. Kann ich hier in Ruhe was trinken und... Und ihn auslachen, wenn er verliert. Aber ich komme ihm doch lieber zu Hilfe. Also... Ist fast viel schon tot? Oder jedenfalls fast. Wow, der ist echt schon fast tot. Natürlich habe ich ihn besiegt. Ich bin der beste. Ein Schlag. One-Hit. Auf in den Kampf. Ha. Ich hab da... Ich hab aber immer noch das Gefühl, dass das... Noch lange nicht alles war. Stimmt kommt hier gleich irgendwo noch so ein Viech. Ich wollte gerade sagen, oder der Baumstamm ist weg. Snapper. Da ist noch irgendwie so ein Weg, wo man... Wo wir aber nicht hinkommen. Was zum... Naja. Den werde ich das nächste Mal versuchen. Soviel zum Thema. Keine Überraschung, wenn wir zurück wollen. Kill dich jetzt bloß nicht. Na, scheinst du, als will er mir immer noch folgen. Habe ich da irgendwas vergessen? Muss ich da vielleicht doch irgendwie lang? Ich weiß es nicht. Ist mir eigentlich auch egal. Ich gucke jetzt erstmal, wo ich den nächsten... Fokus herbekomme. Da kam ich gerade her. Also geradeaus eigentlich. Ich bin speichern. Gorn folgt mir immer noch. Was will der von mir? Such dir Hobbys. Auf in den Kampf. Ah, da ist bestimmt noch irgendwas. Ansonsten würde der nicht so mitkommen. Oder? Ich weiß nicht. Oh, Mann. Ich gehe da nochmal hin und gucke mal richtig nach. Ich mache mal den kleinen Schnitt und... Dann werden wir... Dann werde ich gleich mal... Ah, komm doch. Dann werde ich gleich mal nachsehen, ob ich noch irgendwas vergessen habe.